Neu kombiniert, die TNC 640 fürs Fräsen und Drehen. Erstmals vereint eine TNC-Steuerung das Fräsen und Drehen. Die neue TNC 640 wird auf Werkzeugmaschinen für die Komplettbearbeitung zum Einsatz kommen. Schon das Äußere besticht durch das edle Design mit neu gestalteter Tastatur, elegantem Edelstahlgehäuse und großem 19 Zoll Monitor. Aber überzeugen sollen, wie von Heidenhain gewohnt, besonders die inneren Werte, die einen Wechsel zwischen Fräs- und Drehbearbeitung besonders alltagstauglich und komfortabel gestalten. Beim Fräsen bleibt die TNC ganz sie selbst. Beim Drehen ist viel von der Funktionalität der Heidenhain-Drehsteuerungen eingeflossen. Das schließt auch die bewährten Drehzyklen ein. Die Drehkonturen werden im Heidenhain-Klartext-Dialog erstellt und können, genau wie beim Fräsen und Bohren, in Konturunterprogrammen abgelegt werden. Mit Smart Select wählen Sie dialogunterstützt schnell und einfach Funktionen aus. Die Software Kinematics Opt, ein Tastsystemzyklus der TNC, macht das Vermessen der Drehachsen bzw. das Nachkalibrieren leicht und praxisgerecht und steigert so die Genauigkeit bei der Angestellten- und der 5-Achs-Simultanbearbeitung. Die TNC 640 schafft optimale Voraussetzungen, um höchste Genauigkeit und Oberflächengüte beim Fräsen und Drehen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten zu erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.